Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer niegelnagel neuen Folge von Runes of Magic. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und in dieser Folge möchte ich darauf hinweisen, dass ich mal wieder jemand grüße. Rabenschwarzes Extras, äh etwas, ja nicht Extras, Extras gibt's da auch, nee keine Ahnung. Ja und wir sind immer noch nach Weihnachtszeit, falls ihr das sehen solltet und ich das noch nicht hochgeladen habe. Ja, stellt euch vor, dass das da hinten nicht zu sehen wäre. Ja, wir haben in der letzten Folge wieder ein bisschen was rumgesucht und hier und so. War ein bisschen lang geworden, ich wollte die Folge ja nicht mehr so lang machen. Deswegen fange ich jetzt auch direkt an mit Hayley zu quatschen, Hayleys Kriegslist. Mal schauen, was die uns zu erzählen hat. Es ist Agir. Warum muss es ausgerechnet Agir sein? Herr Murmelt, macht dann eine längere Pause und schaut euch schließlich an. Als hätte er einen Entschluss gefasst. Wenn ich euch den Schatz gebe, seid ihr dann in der Lage, meinen Kindheitsfreund Agir von dieser merkwürdigen Organisation zu retten? Ja, wir versuchen es. Wir nehmen einfach 700.000, 1200. Nehmen wir den hier. Agir ist anders als diese Psychopathen. Er kommt aus Diermarka. Ich vertraue ihm. Die lebt von Hayley. Zittern. Etwas, was ich nur mit... Sag ich ja. Als ich noch klein war, kamen einmal einige Fremde zu uns, die völlig anders aussahen, als sie aussahen. Sie haben eine Menge Dinge mitgebracht, die wir noch nie gesehen hatten. Und erzählten uns von der Außenwelt. Ich sehe gerade, ich habe gerade nicht den Ton an, weil ich ja ohne Kopfhörer bin. Ich hoffe, jetzt hört man den Ton. Müsste eigentlich. Das war eine Welt, die ich mir noch nie vorgestellt hatte. Eine Welt erfüllt von geheimnisvoller Magie und wunderschönen Gravuren. Eine Welt der Liebe und der Romantik. Ich hatte irgendwie überlegt, was ich sagen wollte. Ich muss ja nur vorlesen. Agia fühlte sich sehr stark zu ihnen hingezogen. Wenn wir in der Höhle waren, stellte sich häufig Landschaften der Außenwelt und die Reisen, die man dort erleben konnte, vor. Diese Leute haben unser ursprüngliches Leben ohne jede Warnung zerstört. Und sie sind auch ohne jede Vorwarnung wieder abgezogen. Sie sagten, dass sie nur Durchreisende seien und dass sie ihren eigenen Weg zu gehen hätten. Damals träumten viele von uns davon, mit ihnen zu gehen. Auch Agia. Agia, er hat mir versprochen. Er hat mir fest versprochen. Was ist denn geschehen? Ich weiß auch nicht, was hier vor sich geht. Unsere Brüder und Schwestern sind immer noch nicht ins Dorf zurückgekehrt. Und ebenso Agia. Sie sind nie ins Dorf zurückgekehrt. Wir hatten, unsere Vorbereitung getroffen, eine Abenteuergruppe zusammengestellt, sobald ich genesen war. Einmal schlich ich mich aus der Marke heraus, um Agia zu treffen. Doch außerhalb des Dorfes begegnete ich die furchterregenden Kreaturen. Die Knie wurden mir weich und ich begann zu weinen. Agia rettete mich. Er war verhüllt. Ich erkannte das Ornament, das er um die Hüfte trug. Es ist das Einzige, das meine Mutter ihm hinterlassen hat. Doch er leugnete seine Identität. Er sagte, ich solle weglaufen und im Dorf bleiben. Kurz nachdem Jumidak dort entlang kam und mich zurückbrachte, ich sagte ihm, dass ich Agia gesehen hätte. Von Schmerz erfüllt erzählte er mir, dass seine Gefährten auf ihre Reise etwas zugestoßen waren. Einige seiner Brüder und Schwestern waren ebenfalls betroffen. Viele wurden von den geheimnisvollen Verhüllten gefangen. Er fürchtete, dass es seinen Bruder bedrücken würde. Daher begibt er sich heimlich auf die Suche. Er bat mich zudem, niemanden davon zu erzählen. Naja, was machst du gerade? Ich habe meinen älteren Bruder davon nichts gesagt. Weil ich mich darauf verlassen habe, dass Jumidak schon eine Möglichkeit sehen würde, sie zu finden. Aber nach den schrecklichen Dingen, die ihr mir von den Zerohidern erzählt habt, ich habe schließlich wirklich Angst bekommen. Jumidak wäre niemals in der Lage gewesen, diesen schrecklichen Organisationen alleine zu widerstehen. Was ist denn da geschehen? Warum seid ihr hier? Habt ihr den Stein der Natur? Habt ihr den Stein der Natur immer noch nicht? Dann lasst mich raten, wie weit ihr gekommen seid. Habt ihr das Seelentschloss auch noch nicht erhalten? Doch? Da seid ihr schneller vorangekommen, als ich gedacht hätte. Ihr wurdet angegriffen? Das ist ein wenig ärgerlich. Aber solltet ihr die Suche nach dem Stein der Natur nicht zu eurer Hauptmission machen? Kommt. Lasst Haley den Stein der Natur finden. Ich werde dafür verantwortlich sein, euch zu bewachen. Lasst uns losgehen. Lasst uns den Stein der Natur suchen. Da lang. Ja. Dann könnte ich auch ein bisschen schneller gehen. Würde das gehen. Oh, Manus hat sich abgemeldet. Ja, die könnten auch schneller gehen. Da fällt schon mit mir Müll. Sie auch. In Ordnung. Es scheint, wir sind angekommen. Aber holt das Objekt und lasst uns von dir verschwinden. In Ordnung. Erinnert ihr euch an die Anweisung der Ahnen. Benutzt den Feuergeist, um einen wahren Schatz zu erlangen. Und G, was machst du? Er ist endlich erschienen. Es war abgemacht. Sagen wir. Was? Er ist endlich erschienen. Es war abgemacht. Dass jeder einen bekommt. Ich weiß. Ah ja. Ich habe es. Lass uns gehen. Erledigt. Oh, der arme Adjir. Ich habe sie noch nicht eingeholt. Eure Freunde wurden gefangen. Was können wir tun? Ist etwas passiert? Der Einsiedler. Sind der Steine Natur und Artaia in die Hände der Unbekannten gefallen? Dann ist es nicht verwunderlich, dass der Rhythmus des Windes und die Häufigkeit magischer Angriffe sich geändert haben. Wir müssen sie so schnell wie möglich zurückholen. Ja, machen wir. Hol zunächst die Steine Natur von Artaia, von dieser zwieligen Leuten zurück. Artaia trägt die Fenskette, welche von Antaikolon zurückgelassen wurde. Wenn er sie nicht abgelegt hat, können wir eine ähnliche Kette benutzen, um ihn einfach zu finden. Das ist die Ankerkette. Sie wurde vom selben Schmied gefertigt, der auch die Kette von Defend gemacht hat. Dieser Schmied hat sich sehr viel Mühe über diesen beiden Ketten gegeben. Und er hat sie auch noch mit den Seelen der Macht und Natur versehen. Vielleicht könnt ihr die Eigenschaft von Ankers Kette nutzen, um sie zu finden. Zuerst werde ich einmal diesen fähigsten Jüngling besänftigen, zurück ins Dorf zu schicken. Okay. Okay. Ihr habt den Stein der Natur. Laut unserer Abmachung müsst ihr meine Stärke erhöhen. Stärke? Noch so ein Stärke-Fanatiker. Oh! Wovon sprecht ihr? Wer Stärke besitzt, kann alles und jeden beschützen. Selbst wenn man dafür sein Leben umfangen muss. Was sagt ihr dann? Nach zahlreichen Transformationen stößt der Körper an seine Grenzen. Wie kann das sein? Ihr habt keine Ahnung, in dem Augenblick, als ihr die Macht erhieltet, verwirkte ihr euer Leben. Meine Vorgesetzten wollten, dass ich euch töte, doch ich denke, das ist nicht nötig. Habt ihr immer noch nicht die Veränderung in eurem Körper bemerkt? Euch bleibt nicht mehr viel Zeit und ich will nicht mehr Hennischmus machen. Was meint ihr damit? Geht nicht. Achso. Achso. Warum seid ihr hier? Arthra zittert, am ganzen Körper weicht euren Blicken aus. Warum? Ich war kurz davor zu beweisen, dass ich die Macht habe, meine ganze Art zu beschützen. Eine Macht, die mit königlicher Macht vergleichbar ist. Ich verstehe nicht, der König ist vor langer Zeit fortgegangen. Warum kann mein Vater nicht seinen Platz als neuer König der Elfen einnehmen? Nein, natürlich, wir waren es, die unsere Art die ganze Zeit über beschützt haben. Der König ist vor langer Zeit noch fortgegangen. Er hat uns nicht beschützt, er war die ganze Zeit nur mein Vater. Ich würde keinen anderen König der Elfen akzeptieren als meinen Vater. Ich erkenne nicht einmal den königlichen Isna-Siel an. Sieht so aus, als wäre Arthra sein Gedanken versunken und sein Verhalten wird zunehmend verstörter. Ich werde ihn auf keinen Fall anerkennen. Ihr seid auch hier, um mich aufzuhalten. Oder etwa nicht? Jeder, der versucht, mich aufzuhalten, wird sterben. Oh, okay. Es ist, als sei die Kraft abgesaugt worden. Als würde mir mein Körper nicht mehr gehören. Ich bin endlich aufgewacht. Ich habe euch gerade angegriffen. Es sieht so aus, als sei dieser Körper am Ende. Er hat eindeutig bereits die Kraft erhalten. Wie unbefriedigend. Ich habe so lange gearbeitet und schließlich erwartet mich so ein armseliges Ende. Ich bin zum Abschauen meiner Art geworden. Wie habe ich nur den bösen Worten dazu hin und trauen können. Wie konnte ich glauben, dass ich von ihnen gewährte Macht ein Schild sein könnte, um unsere Art zu beschützen. Dass sie die Nager davon abhalten könnten, uns weiterhin anzugreifen. Und dass sie Vater zum nächsten König der Elfen machen würden. Aber meine Reue kommt zu spät. Ich muss den Preis für meine Taten bezahlen. Ja. Der Stein der Natur ist in ihren Händen. Sie verstecken sich in der Nager-Akropolis. Ihr solltet den Stein der Natur zurückholen, um meine Fehler wieder gut zu machen. Schließlich möchte ich euch bitten, ein paar von den Blumen in der Nähe zu holen. Kleine rote Blumen. Sie ähneln den roten Keloblumen beim grünen Turm. Obwohl, ich habe nicht mehr das Recht, Blumen zu tragen, wie für Loyalität und Ehre stehen. So, dann wollen wir mal. Fünf Stück rollen. Nummer 1. So, hier haben wir nochmal 2. Du natürlich. Da vorne. Vielleicht auch mal eine Karte holen oder so. Münze der Blüten 30 Tage. Dreh. Und da vorne ist Cinque. Und schon habt ihr was gelernt von 1 auf 5. in Italienisch zum Beispiel. Dittlitti. Wupp, wupp. Hab dann, ich möchte, ähm, wirklich der Natur annehmen. Im Einklang mit der Natur leben. Warum hat es bis jetzt gedauert, bis ich verstanden habe, was der Einsiegler gesagt hat. Darüber. Also, dass das Einswerden mit der Natur so wichtig ist. Ist ja egal. Was soll das alles? Der Einsiedler. Einsiedler, ihr seid es. Schenkt mir kein Mitleid. Ich bin eine Schande für unser Volk. Ich bin zu einem Monster geworden. Erlöst mich. Ich werde euren... Oh, warte, ich muss ein bisschen höher machen. Ich werde euren Körper und seine ursprüngliche Form zurückverwandeln. Ich habe viele Untaten begannen, die mich... die sich nicht mehr ungeschehen machen lassen. Wenn ich nur auf euch gehört hätte, dann... Es ist noch nicht zu spät. Lauscht der Natur und werdet eins mit ihr. Nein, meine Seele ist so verunreinigt. Ich kann weder der Natur antworten, noch wahren Frieden finden. Ich werde euch zurück zur Natur und zum Schluss des Gottkönig führen. Lauscht dem Lied der Erde und des Windes. Sie geben euch ihren Segen. Der Gottkönig hat euch den Weg offenbart. Ist sie mit mir? Kind, ängstigt euch nicht. Die Macht der Natur ist immer mit euch. Ihr werdet zur Ewigkeit zurückkehren. Trauert nicht. Die Erde hat seine Gebeine wieder zu sich genommen. Damit er den ihm angedachten Platz in der Natur einnehmen kann. Klagelieder sind wie Lobgesänge. Es gibt keinen Unterschied zwischen Leben und Tod. Spricht leise zu euch. Ich habe alles gehört und wir sehen. Ich bin euch hierher gefolgt. Verstecke mich hinter dem zerklüfteten Fels. Kommt und holt mich. Alter, der war laut flüstern. Rührende Gefühle. Wir können dieser fremdartigen Organisation nicht vergeben. Sie hat Ahir an sich gebunden und ihn dazu gebracht, so viele schreckliche Dinge zu tun. Sie haben den Stein der Natur gestohlen. Und sie haben sogar unsere Freunde getötet. Ich kann ihnen nicht vergeben. Euer Freund hat gerade gesagt, dass derjenige, der den Stein der Natur gestohlen hat, in der Naga-Akropolis ist. Ich denke, dass Ahir sicherlich auch dorthin gegangen ist. Wenn es euch möglich ist, bitte ich euch, diesen Brief für mich zu Ahir zu bringen. Ich hoffe, dass ihr ihm helfen könnt, nach der Marker zurückzukehren und den Stein der Natur mitzubringen. So, dass er nicht noch mehr böse Taten mit ihnen verrichten kann. So, mal auf der Karte gucken. Ne, das ist es nicht. Apart. Ansehen. Wo waren das? Empfänger. Wo ist dein rote Fähnchen? Naga-Akropolis. Wo ist dein Naga-Akropolis? Da nicht, hier nicht, da nicht. Höh? Ach, da oben. Aber es muss bestimmt in die Indie rein rein. Kann ich nicht. Ja. Da muss ich auch noch hin, zur Ein-Naga, aber da weiß ich nicht, wie ich hinkommen soll. Naja, muss ich schauen. Aber wohl Ein-Naga war das nicht so, Teleport, Teleport und weg und so. Irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ist schon zu lange her. Ja. Naja. Auf jeden Fall. Wie lange haben wir denn? 20 Minuten, ja. Das heißt, wir können hier erstmal so nicht weitermachen. Dann würde ich mal behaupten, muss ich schauen, wie ich jetzt hier weiterhabe. Vielleicht mal jemanden fragen oder finden, der mir hier vorne hingeht. Irgendwo, was ist das hier? Ich muss, ich habe es ja nochmal versucht oder woanders. Charlie da, vielleicht mal zu klatschen. Ja, also ich habe es probiert. Ich schaffe es nicht. Ich mache noch zu wenig Schaden. Würde sich bei 60 ändern, aber bis 60, bis hier Monster klopfen, hätte ich auch keinen Bock drauf. Also wenn jemand mal Lust hat, schreibt es mir in die Kommentare, dann einfach mal, Charlie da zu klatschen. Würde mich auf jeden Fall freuen, dann kann ich mich weiter questen. Ja, wie ich ja gesagt habe, eigentlich will ich ja so spielen, dass ich versuche, alles selber zu legen. Aber wenn es halt nicht geht, dann geht es halt nicht. Da muss ich halt schauen. Ich werde da jetzt schon mal hingehen und vielleicht werden wir das in der nächsten Folge, aber warte mal kurz, in der nächsten Folge machen. Ich weiß es noch nicht. Kann ich noch nicht sagen. Ich würde aber laden. Danke. Oh, ich habe was vergessen. Auf jeden Fall bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Habt einen schönen Tag. Und in dem Sinne, bye bye.